Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem ungeplanten Unboxing, denn ich habe gerade wieder eine Box bekommen von Healthy Madame, wovon ich überhaupt nichts wusste, aber mich sehr, sehr darüber freue. Ich hoffe, das mit dem Hintergrund ist so okay. Es ist für mich nämlich so ein bisschen angenehmer, weil ich dann nicht so komisch sitzen muss wie sonst. Müsst ihr nicht verstehen. Auf jeden Fall, boxen wir jetzt mal an, boxen wir jetzt mal die Box. Oder so. So. Ich muss es wirklich immer wieder sagen, diese Healthy Madame Boxen sind einfach so unfassbar schön eingepackt, so süß mit so viel Liebe zum Detail. Ich liebe das. So, hier, hey Vanessa und so ein laufender Mensch. So, dann haben wir hier, aha, das ist die Edition, übrigens diese Bänder, da kann man sich so geile Joker-Ketten draus machen, by the way. Äh, Edition, Hashtag Fit-Frühstück. Ja, das ist doch mal cool. So, hier ist immer so ein kleines Heftchen dabei, wo so verschiedene Dinge drin stehen. Und jetzt kommen wir zur Box. So, dann machen wir jetzt mal hier so gemeinsam auf. Oh, das ist gerade nicht so weit für deiner Hand. Okay, so, womit fangen wir an? Wir haben erstmal zwei Flyerchen. Dann, ich fang einfach mal, oh, ich weiß es nicht. Ich fang jetzt einfach mal hier mit an. Das ist da drin. Das ist eine Protein-Bowl. Und da sind immer so kleine Zettelchen drin, das ist so süß, das steht drauf. Mega leckere Protein-Bowl. Und so wahnsinnig schnell gemacht. Ich habe nicht immer die Zeit, Bowls vorzubereiten, aber das ging so schnell. Am besten mit Mandelmilch. Ja, cool. Diese Bowls, die sind ja so hip und fancy. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sehr cool. Von Feinstoff. So, was haben wir da? Die ist sehr voll, die Box, habe ich das Gefühl. Dann nehme ich mal hier etwas Kleines. Das ist so ein kleiner Würfel. Love Organic. Summer in Love. Äh, das ist französisch. Viersich Aprikose Hibiskus. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es ein Tee? Ah, hier gibt es auch auf Englisch. Äh, absolute Sommerliebe in einem Tee. Aha. Ich trinke morgens viel lieber Tee als Kaffee und liebe Love als Tee und Geschmack. Auch toll als selbstgemachter Eistee. Ja, das klingt doch auch mal sehr interessant. Ich möchte da gerne mal dran riechen. Ich glaube, das ist Loser Tee. Ja. Man riecht nicht ganz viel, aber es riecht sehr fruchtig. Das gefällt mir ja. Ich stehe ja auf Fruchttee. Ah ne, Moment, da steht drin sechs Sachets. Also vielleicht, Moment mal. Ah doch, da sind kleine Beutelchen drin. Cool. Oh. Aber da ist Loser Tee drin. Oh mein Gott, die riechen unfassbar gut. Oh wow. Ja, das will ich unbedingt ausprobieren. Ich glaube, das probiere ich auch mal als Eistee aus. Die riechen sehr, sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Geil. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier ein Fläschchen. So sieht das aus. Sehr hübsch in rosa. Von Fruit Bottled. Your Dreams Crushed. Ein mega leckerer Saft und toller Begleiter am Morgen zum Porridge oder Müsli. Auch teilweise mit in meiner Gym Bag als zweites Frühstück nach dem Workout. Das ist der Geschmack Strawberry, Banana und Guava Smoothie. Mega cool. Den würde ich jetzt gern trinken, aber ich glaube, dann bin ich satt. Ich werde euch auf jeden Fall in meinen Vlogs davon berichten. Das machen wir. So, dann haben wir hier eine ganz große Packung. Und zwar das hier. Brotliebling. Mein eigenes Brot. Und rustikales Weizen. Bin eigentlich nicht die große Backqueen, aber Brotliebling geht sehr einfach. Und schmeckt auch noch so super frisch und mit Liebe gebacken. Ja, cool. Das ist also ein Brot zum selber backen. Da ist alles dabei, steht hier. Gelingt immer und ist ein einzigartiger Geschmack. Ja, cool. Und es ist vegan. Und bio. Das werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Also guckt auf jeden Fall meine Vlogs. Jeden Tag 18 Uhr auf diesem Kanal. So, jetzt haben wir hier noch, ich glaube, es ist ein Müsli. Foodspring Protein-Müsli. Heidelbeere-Tigernuss. Was soll das? Eine Tigernuss. Okay. Ähm. Da steht drauf. Ein super To-Go-Müsli. Toll auch nach dem Gym oder bei der Arbeit als Kickstarter. Ja, mega cool. So was esse ich auch immer voll gern. Das geht einfach so schnell zum Frühstück. Wirklich da. Zack. Gefrühstift. So. Es geht immer noch weiter. Es ist noch einiges drin. Oh, jetzt ist hier gerade das Ding abgefallen. Kokosblütensirup. Sehr cool. Von Tropical. Den hatte ich auch schon mal. Und der ist mega cool. Ich mag Kokosblütensirup sehr gerne. Ich liebe den Tropical-Sirup und verwende ihn ganz unterschiedlich. Er ist das perfekte Shopping für Waffeln und Pancakes. Aber auch Overnight Oats und Müsli. Kann ich absolut zustimmen. Sehr cooles Produkt. Daumen hoch dafür. So, dann ist hier eine kleine schwarze Box drin. Matcha. Frisch, leicht und süß. So. Natürlicher Wachmacher und ich liebe Grüntee. Kann man auch super im Smoothie verarbeiten. Rezept hier im Magazin. Aha, da ist also ein Rezept dabei. Ich bin nicht so der Matcha-Fan, weil ich einfach keinen grünen Tee mag. Aber die Box ist wunderschön. Ich glaube, das werde ich einfach verschenken, weil die richtig, richtig toll aussehen. Und ich kenne viele Leute, die grünen Tee mögen. Von daher. Gut. So, jetzt ist hier etwas drin, was ich glaube kein Essen ist. Das hier. Zanum Smart Fitness Training. Was ist das? Die Thera-Bänder bieten eine super Möglichkeit für ein komplementäres Workout am Morgen. Mit einfachen Sets kann man schon viel schaffen. Meine Routine hier im Magazin. Aha, das ist so ein Stretch-Band zum Sport machen. Geil. So, dann haben wir hier noch eine große Packung drin. Ich glaube, es ist Müsli oder Porridge. Bio-Brombeer-Porridge. Och. Geil. Ich liebe Porridge und ich liebe Brombeeren. Ich glaube, das ist die perfekte Mischung. Was noch geil sein könnte, wäre Bananen, aber Brombeeren, geil. Das Porridge ist der absolute Kracher. Einer meiner Liebsten. Man kann es in so vielen Variationen vorbereiten. Ein paar Rezepte gibt es auch hier im Magazin. Also ihr seht, im Magazin steht sehr, sehr viel drin. Mega cool. Freue ich mich sehr drauf. Und eine Sache ist jetzt hier noch drin. Und zwar so ein kleines Heft. Dream and Do. Job, Fitness, Freunde, Familie, Projekte. Es fällt viel am Tag an. Ich bin ein großer Freund von einem Mindful-Frühstück, um meine Gedanken zu sortieren. Also ich denke mal, das ist ein kleines Notizbuch und es sieht mega schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Schrift sehen könnt, aber es sieht richtig, richtig toll aus. Voll hübsch. Und das war es mit der Box. Und ich muss sagen, wie immer bei den Boxen von Healthy Madame, ich bin begeistert. Ich liebe diese Boxen. Ich liebe gesundes Essen, neues Essen, Healthy Food, diese ganzen Sachen. Ich liebe diese Boxen. Wirklich. Ich kann sie euch nur so ans Herz legen. Die Sachen sind so toll, mit Liebe verpackt. Ganz, 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 ganz tolle Boxen. Und sie sind bis jetzt immer lecker. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr euch ein bisschen gesund ernährt oder einfach mal was Neues ausprobieren wollt, guckt euch diese Boxen an. Ich verlinke euch den Link zur Seite in die Infobox. Wirklich. Von Herzen. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank für diese tolle Box. Ich verlinke euch mal mein letztes Unboxing von der Healthy Madame Box hier hin. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut es euch unbedingt an. Wenn ihr noch Bock habt auf andere Unboxings, ist hier die Playlist. Und ansonsten würde ich mich super freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Und sonst hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.